Das Heer war neben Kriegsmarine und Luftwaffe eine der drei Teilstreitkräfte der Wehrmacht und umfasste die große Masse der Landstreitkräfte, Verbände und Kommandobehörden. Dieser Überblick umfasst alle Großverbände der Bodentruppen unbeschadet ihrer Zugehörigkeit zu Heer, Luftwaffe, Waffen-SS und so weiter. Im normalen Frontbetrieb wurde hier sowieso eng zusammengearbeitet, für die Kampfeinsätze waren zum Beispiel die 6. SS-Panzerarmee und die 1. Fallschirmarmee den entsprechenden Heeresgruppenkommandos unterstellt. Die Eigenständigkeit machte sich vor allem bei Fragen der Erziehung im nationalsozialistischen Geist, beim Disziplinarrecht und der Gerichtsbarkeit bemerkbar. Kommandobehörden Begriffsklärung Bei Chorarmee und Heeresgruppe handelte es sich zunächst einmal nicht um Truppenverbände, sondern um Befehlshaber und deren Stäbe mit dem Chef des Generalstabes an der Spitze. Dabei war der Stabschef im deutschen System seinem Befehlshaber fast gleichgestellt und vertrat diesen auch bei Abwesenheit im Kommando anders als bei den alliierten Armeen, wo der Stabschef nur eine Art Berufvorsteher war. Idealerweise sollte bei Chor, Armee und Heeresgruppe zwischen den Kommandobehörden, Stäben und den durch sie zusammengefassten Truppen unterschieden werden und dies wird in der Literatur gelegentlich auch gemacht. Die Führung eines Chor wird dann als Generalkommando oder Höhereskommando mit dem kommandierenden General an der Spitze bezeichnet. Eine Armee wird von einem Armeeoberkommando mit seinem Oberbefehlshaber geführt, eine Heeresgruppe von einem Heeresgruppenkommando und dem Ob. In der Praxis ist diese Unterscheidung eher selten notwendig, jedoch muss darauf hingewiesen werden, dass in bestimmten Fällen die Beachtung des Unterschieds unbedingt erforderlich ist, nämlich immer dann, wenn eine Heeresgruppe neu aufgestellt oder aus der Front herausgezogen wurde. So wurde zum Beispiel am 27. November 1942 im Süden der Ostfront nach dem Durchbruch der Russen die Heeresgruppe Don eingeschoben. Hierbei handelte es sich nicht um neue Kampftruppen, sondern lediglich um den umbenannten Stab plus ob der 11. Armee, deren Truppen wiederum auf andere Armeen verteilt wurden, die die Führung von vier Armeen der Heeresgruppe B übernahmen. Als die Heeresgruppe B am 9. Februar 1943 aus der Front herausgezogen wurde, bedeutete dies lediglich, dass der Stab nebst Oberbefehlshaber in die Heimat verlegt wurde und die Truppen auf die Heeresgruppen Mitte und Don verteilt wurden. Ähnliches gilt für sämtliche Neuaufstellungen von Heeresgruppen, die besonders ab 1943 inflationäre Ausmaße erreichten. Es handelte sich jeweils nicht um neue Truppen, sondern nur um neu aufgestellte Kommandobehörden, denen nur gelegentlich eine geringe Anzahl neuer Verbände zugeführt wurde. Ähnlich besaß zum Beispiel die im November 1944 an der Schweizer Grenze aufgestellte sogenannte 24 Armee zu keinem Zeitpunkt eigene Kampftruppen, weswegen die terminologisch einwandfreie Bezeichnung auch nur AOK 24 lauten kann. Abteilungen in den Führungsstäben des Heeres, die Generalstabs- bzw. Stabsabteilungen waren auf allen Ebenen gleichgegliedert. Folgende Bezeichnungen wurden dabei verwandt. Heeresgruppen Das Heer verfügte mit Stand vom 3. Januar 1939 über sechs Heeresgruppenkommandos, denen die Armeekorps und gegebenenfalls weitere Stäbe und Truppen unterstanden. Die Heeresgruppenkommandos wurden alle bei Mobilmachung am 26. August 1939 umbenannt oder in Armeenoberkommandos umgegliedert. Demgegenüber entstand das Heeresgruppenkommando. Süd bei der Mobilmachung aus dem AOK 12. Im Krieg wurden Heeresgruppen normalerweise mit Buchstaben bezeichnet. Dies gilt auch mit Abstrichen für die ersten drei Heeresgruppen der Jahre 1939 bis 1941. Auch wenn die Heeresgruppen A und B im Polenfeldzug kurzzeitig umbenannt wurden, so dass die Namen im September 1939 Süd, Nord und C lauteten. Mit dem Beginn des Feldzugs gegen die Sowjetunion wurden diese drei Heeresgruppen an der Ostfront umbenannt und die Praxis, bereits bestehende Heeresgruppenkommandos im Osten umzubenennen, wurde bis zum Ende des Krieges beibehalten. Die Heeresgruppen auf den sogenannten OKW-Kriegsschauplätzen hingegen behielten ihre einmal erhaltenen Bezeichnungen. Insgesamt gab es 15 Heeresgruppenkommandos, Generalkommandos und Wehrkreise zum Zeitpunkt der Mobilmachung. Am 26. August 1939 bestanden 15 Generalkommandos, vier Chorkommandos der motorisierten Truppen und drei Generalkommandos der Grenztruppen. Die Generalkommandos umfassten sowohl die Armeekorps als auch die Wehrkreise, in denen die Wehrersatzorganisation sowie die ortsfesten Einrichtungen territorial zusammengefasst waren und die sich über das gesamte Gebiet des Deutschen Reiches erstreckten. Bei der Mobilmachung wurden in den Wehrkreisen stellvertretende Generalkommandos gebildet, die dem Ersatzheer unterstanden. Die Tabelle zeigt den letzten Stand des Friedensheeres vor der Mobilmachung Armeoberkommandos zu den Namen. Normalerweise werden AOKS mit arabischen Zahlen bezeichnet, nur in Ausnahmefällen gibt es geografische Bezeichnungen. Ähnlich wie bei den Heeresgruppen wurden auch AOKS gelegentlich umbenannt, so geschehen etwa aus Tarnungsgründen vor dem Westfeldzug. Des Weiteren wurden mehrfach gleiche Zahlen für verschiedene AOKS verwendet. Zur Unterscheidung werden diese hier mit Buchstaben in Klammern unterschieden. Dies war natürlich nicht der offizielle Brauch. Armeegruppen und Armeeabteilungen Neben diesen normalen Einheiten gab es gelegentlich noch solche, die als Armeegruppe, Armeeabteilung oder einfach nur Gruppe bezeichnet wurden. Eine genaue Festlegung des Umfangs dieser Einheiten unterblieb dabei in der Regel. Sie waren meist von eher kurzer Lebensdauer und wurden entsprechend normalerweise nach ihren jeweiligen Führern benannt. Armeegruppe Die Armeegruppe Weichs im Süden der Ostfront 1942 zum Beispiel bestand aus drei Armeen, entsprach also von der Größenordnung her durchaus einer Heeresgruppe. An der Ostfront wurden verbündete Armeen verschiedentlich deutschen AOKS unterstellt, die dann ebenfalls als Armeegruppen bezeichnet wurden. Zum Beispiel die Armeegruppe Freta Pico, die im September 1944 aus der sechste deutschen und der zweite ungarischen Armee bestand. Die am 25. Mai 1942 in Frankreich errichtete Armeegruppe Felber entsprach hingegen von der Größe her einem Kurs. Sie diente im August 1943 als Basis für die Aufstellung der 19. Armee. Die Armeegruppe Blumentritt im April-Mai 1945 schließlich kann nur noch als ein Sammelsurium, bestehend aus allen sich im Raum unter Elbe-Schleswig-Holstein befindlichen Truppen, bezeichnet werden. Armeeabteilung Bei Armeeabteilungen handelte es sich öfter um Reste von zerschlagenen Verbänden, die eilig zu neun Einheiten zusammengefasst wurden. Von der Mannschaftsstärke her sind sie in der Regel in etwa zwischen Chor und Armee, anzusiedeln. Einige dieser Abteilungen dienten auch als Grundstock für die Wiederaufstellung von Armeen. Im Sommer 1943 entstanden so aus der Armeeabteilung Hollit die 6. Armee aus der Armeeabteilung Lanz, Kempf die 8. Armee. Demgegenüber war die Armeeabteilung A ein regulär aufgestellter Verband, der im September 1939 zur Sicherung der Westgrenze bei Aachen eingesetzt wurde, bevor er durch das AOK 4 abgelöst wurde. Oberbefehlshaber der Kriegsschauplätze Diese waren in der Kriegsspitzengliederung ursprünglich nicht vorgesehen, ihre in der Regel zumindest anfangs mit einem Heeresgruppenkommando gekoppelten Befugnisse entstanden. Als die Tätigkeit des Oberkommandos des Heeres auf den östlichen Kriegsschauplatz beschränkt wurde und die Führung auf den übrigen Kriegsschauplätzen auf den Wehrmachtführungsstab unter General Jodel direkt überging, Als Oberbefehlshaber Ost oder West bezeichnete Kommandos hatte es schon nach Abschluss der Kämpfe in Polen und im Westen gegeben, die allerdings keine Kampf- sondern Besatzungsstruppen führten. Das Heeresgruppenkommando Süduntergo von Rundstedt fungierte vom 3. Oktober bis 20. Oktober 1939 als ob Ost. Seine Nachfolger mit jeweils eigenen Stäben waren Goblas, Govitz und Gehn von Guinand bevor die Dienststelle am 21. Juli 1940 in Militärbefehlshaber im Generalkovernment umbenannt wurde und damit einem rein territorialen Wehrkreiskommando gleichgestellt wurde. Nach dem Westfeldzug war es wieder Rundstedts Heeresgruppenkommando, früher Süd, jetzt A, das am 10. Oktober 1940 die Aufgaben des Oberbefehlshabers übernahm. Als die HGRA dann am 15. März 1941 zur Vorbereitung des Feldzuges gegen die Sowjetunion nach Schlesien verlegt wurde, übernahm die neu aufgestellte HGRD die Funktion des Ob-West. Punkt. Für Kriegsschauplätze wurden dann folgende Oberbefehlshaber ernannt. 15. März 1941 ob West, 25. März 1945 ob Süd. Nachdem die Westfront kurz vor der Einkesselung der HGRB im Ruhrgebiet in zwei Teile zerrissen war, wurde der Ob-West in Ob-Süd umbenannt. 1. Dezember 1941 ob Süd beim italienischen Oberkommando, daraus entstand nach mehreren Zwischenstufen bis 21. November 1943 der Ob-Süd-West. 1. Januar 1943 ob Süd-HGRE, dann ab 22. August 1943 HGRF, ab 25. März 1945 wieder HGRF, 2. Dezember 1944 bis 24. Januar 1945 ob Oberrhein. Der Ob der durch die SS neu aufgestellten Heeresgruppe Oberrhein, RFSS Himmler, wurde der Unterordnung unter den Ob-West entzogen. 7. April 1945 ob Nord-West im nördlichen Teil der Westfront entstanden durch Umbenennung der Heeresgruppe H. 25. April 1945 ob Süd-Raum ist gleich Ob-West mit Führungsstab B. Aufstellung, nachdem Amerikaner und Sowjets sich am gleichen Tag bei Torgau getroffen hatten, mit gleichzeitiger Unterstellung des Ob-Süd-West, des Ob-Süd-Host und der Heeresgruppen Mitte und Süd der Ostfront. 25. April 1945 ob Nord-Raum vorgesehen Groß-Admiral Dönitz aber, die Führungsaufgabe des Führungsstabes A. unter Groß-Admiral Dönitz tritt vorläufig nicht in Kraft. Anführungszeichen Punkt. Divisionen Der größte reguläre Truppenverband und zugleich die kleinste operative Einheit war die Division, die auch den primären Bezugspunkt für den Frontsoldaten darstellte. Die darüber angesiedelten Einheiten Chorarmee und Heeresgruppe waren genau genommen nur Kommandobehörden, die im Krieg für die Koordinierung bestimmter Aufgaben eine nicht festgelegte Zahl von unterstellten Großverbänden zusammenfassten. Entsprechend werden Truppen starken grundsätzlich entweder als Anzahl der Mannschaften oder der Divisionen und zum Beispiel nicht als Anzahl der Armeen angegeben. Zu Beginn des Krieges hatte eine Division eine Sollstärke von 15.000 bis 17.000 Mann. Allerdings sank durch die hohen Verluste besonders an der Ostfront die Stärke kontinuierlich. Bereits im November 1941 war die Gefechtsstärke der Infanteriedivisionen auf 65% abgesunken. Dem wurde dadurch Rechnung getragen, dass im Oktober 1943 die verbindlich vorgeschriebene Stärke einer Infanteriedivision nur noch 10.700 Mann betrug, die jedoch auch immer häufiger nicht mehr erreicht wurde. Das Problem der Sonderheere Bei den deutschen Streitkräften gab es ab Beginn des Zweiten Weltkrieges in zunehmendem Maße größere Verbände an Bodentruppen, die nicht zum Heer gehörten, das heißt nicht dem Oberkommando des Heeres unterstellt waren. Dies gab es auch bei anderen Streitkräften innerhalb gewisser Grenzen. Man denke zum Beispiel an die US-amerikanischen Marines, jedoch war die Lage aufgrund des im nationalsozialistischen Deutschland typischen und von Adolf Hitler zur Sicherung seiner eigenen Position ausdrücklich gewollten Nebeneinanders von konkurrierenden Zuständigkeiten besonders unübersichtlich. Ein weiterer Grund seitens der NS-Führung, Verbände dem unmittelbaren Zugriff des Heeres zu entziehen, lag darin, dass Hitler der Heeresgeneralität wenig traut, wie es ja auch von dieser Seite schon lange vor dem 20. Juli 1944 öfters um Sturzpläne gab. Durch die Aufstellung von Bodentruppen seitens der Luftwaffe und der Waffen-SS, die unter dem Oberbefehl der Parteiführer Hermann Göring und Heinrich Himmler standen, sollte ein zuverlässiges, nationalsozialistisch eingestelltes Gegengewicht gegen das Heer gebildet werden. Bodentruppen unter dem Oberfehl des Oberbefehlshabers der Luftwaffe Hermann Göring, die Fallschirmtruppen waren der Luftwaffe unterstellt. Es wurden insgesamt 13 Fallschirmjäger-Divisionen aufgestellt, die im Laufe des Krieges jedoch in zunehmendem Maße nicht mehr für Luftland-Operationen, sondern infanteristisch eingesetzt wurden. Ab September 1944 wurde aus Fallschirmjägern, aber auch aus sonstigen Truppen, die 1. Fallschirmarmee für den Kampf am Niederrhein aufgestellt. Daneben gab es seit Sommer 1942 aus überzähligem Personal der Luftwaffe gebildete Verbände für den Erdkampf, die sogenannten Luftwaffen-Felddivisionen. Insgesamt wurden so 21 Divisionen aufgestellt. Da diese für Infanterieeinsätze kaum ausgebildet und daher nur bedingt einsatzfähig waren, wurden sie nach relativ kurzer Zeit und unnötig hohen Verlusten in das Heer übernommen. Zusätzlich existierte als besondere Formation die Division Hermann Göring, die sogar mit Panzern ausgestattet wurde. Im letzten Kriegsjahr wurde hieraus noch ein komplettes Fallschirm-Panzer-Korps aufgestellt. Insgesamt wurden 31 Flak-Divisionen und 7 Flak-Korps-Kommandos bei der Luftwaffe aufgestellt, die oftmals gemeinsam mit den Heeresverbänden operierten und deren Kommandobehörden unterstanden. Außerdem wurden noch drei Luftwaffen-Generäle, Generalfeldmarschall Albert Kesselring als ob Süd-Süd-West, West-Südraum, Generaloberst Alexander Löhr als ob der Heeresgruppe E und Zeitweiliger ob Südost und Generaloberst Kurt Student als ob der Erste Fallschirmarmee und der Heeresgruppen H und Weichsel mit hohen Kommandos über Heeresstruppen betraut. Wurden Truppen unter dem Oberfehl des Reichsführers SS Heinrich Himmler. Gleich zu Beginn des Zweiten Weltkrieges ging die SS dazu über, die Waffen-SS als eigene kämpfende Truppe aufzubauen. Wurden zu Beginn nur Freiwillige aufgenommen. So ging man ab 1943 dazu über, auch wehrpflichtige Stadt zur Wehrmacht in die Waffen-SS einzuziehen. Gegen Ende des Krieges bestand diese bei einer ersten Stärke von über 600.000 Mann aus 38 Divisionen, 16 Generalkommandos und einem Armee-Oberkommando. Dem SS-Panzer AOK VI. formell dem Geschäftsbereich des Innenministeriums zugeordnet, stand die Waffen-SS als Streitmacht tatsächlich nicht nur außerhalb der Wehrmacht, sondern mit ihrer Ausrichtung ganz auf die Person Hitlers sogar außerhalb des Staates. Neben SS-Oberstgruppenführer Sepp Dietrich dem Ob der VI. SS-Panzerarmee, wurden noch zwei weitere SS-Kommandeure mit höheren Kommandos über Heeres-Truppen betraut. SS-Oberstgruppenführer Paul Hauser und SS-Obergruppenführer Felix Steiner. Bereits Anfang Juli 1944 hatte Hitler die Aufstellung von 15 sogenannten Grenadier-Divisionen befohlen, die nach dem 20. Juli in Volksgrenadier-Divisionen umbenannt wurden. Diese nationalsozialistische Volksarmee des Führers und seines Reiches wuchs rasch auf rund 50 Divisionen an. Daneben wurden noch weitere Volksverbände aufgestellt wie zum Beispiel das Volksartillerie-Korps. Mit Erlass vom 25. September 1944 ordnete Hitler die Bildung des Volkssturms an. Auch dieser war weder eine Einrichtung der Wehrmacht noch des Staates überhaupt, sondern eine solche der Partei. Die Aufstellung fiel in die Zuständigkeit der Gauleiter. Für die militärische Organisation war Himmler zuständig. Von deutscher Seite aus galten die Angehörigen des Volkssturms rechtlich zwar als Soldaten. Von den sowjetischen Streitkräften wurden sie jedoch nicht selten als Partisanen behandelt. Um das Oberkommando des Heeres noch weiter zu schwächen, gab es seit Dezember 1941 als Hitler den Oberfehl über das Heer übernahm. Eine Unterteilung in Kriegsschauplätze des Oberkommandos der Wehrmacht als auch in solche des OKH, die bereits mit dem Unternehmen Weserübung gegen Norwegen 1940 ihren Anfang genommen hatte und jetzt zu einer endgültigen Einrichtung wurde. Der Generalstab des Heeres wurde auf die Ostfront beschränkt. Für alle übrigen Kriegsschauplätze war der Chef des Wehrmachtführungsstabes im OKH, Alfred Jodel, verantwortlich.